So Leute, ich habe endlich den Finanzchef Fall-Obs-Skin bekommen, ja, den Skin, den wir bekommen haben, wenn wir im Free Fortnite Cup 10 Punkte gemacht haben. Schreibt mir mal in die Kommentare, habt ihr den Skin auch schon bekommen? Habt ihr schon 10 Punkte geschafft? Wie viele Punkte habt ihr denn gemacht beim Free Fortnite Cup? Und ja, das ist der Skin, den dann die Leute bekommen haben. Ich habe den gestern auch schon im Spiel gesehen. Ich denke, der wird also mal nach und nach verteilt. Also ein paar Leute haben den noch nicht, die bekommen den dann noch. Und schreibt mir mal, wie findet ihr den Skin und werdet ihr den spielen? Ja, weil wie gesagt, jetzt ist ja die neue Season, jetzt sind alle Superhelden. Das heißt, der Skin ist mal was anderes, aber den haben natürlich 20.000 Leute alleine in Europa. Und ja, ihr könnt immer ja reinschreiben, wie findet ihr den Skin und spielt ihr den oder nicht? Jo Leute, das hat endlich mal geklappt hier. Nach ein paar Tagen ist er endlich da gewesen. Werden noch nicht bekommen, werden noch nicht bekommen. Warum hier Dom hoch, Abo und Glocke, schreibt es in die Kommentare. Trakt mir die Kulturt.tv ein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.